Jetzt muss man natürlich immer vorsichtig sein, wie man was bewertet, weil es gibt ja die Sichtweise, die uns ja jeden Tag gezeigt wird und es gibt vielleicht auch eine andere Sichtweise. Ich hoffe, dass wir in diesem Konflikt klar bleiben und alles hinterfragen, nicht nur die eine Seite hinterfragen, das ist erstmal wichtig. Und für mich ist das auch ein Versagen der Weltpolitik und der gesamten Weltpolitik. Und ich glaube, das zeigt es und das Schlimme an einem Krieg, und das ist ja immer wieder, wenn man vor einem Beginn so einer Situation steht, kommt ja immer wieder dasselbe. Und am Ende verlieren die Kleinen und die Großen diskutieren und das ist das große Problem, glaube ich, was wir immer wieder haben. Ich hoffe, dass dieser Konflikt relativ schnell beigelegt wird und klar beigelegt wird und dass alle auch ihren Beitrag dazu leisten. Das ist, glaube ich, den Wunsch, den wir alle haben, weil am Ende geht es immer um die Zivilbevölkerung. Es geht immer um den kleinen Menschen. Andere Menschen spielen Macht, spielen sich auf, machen Situationen nicht besser. Und davon rede ich von allen Seiten, nicht nur von der einen Seite. Und dann kommen leider Sachen raus, wo der Kleine immer der Leidtragende ist. Und das ist leider in jedem Konflikt auf dieser Welt so. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, hier hörten wir gerade Steffen Baumgart, den aktuellen Trainer des 1. FC Köln, zur Einschätzung der Lage im Russland-Ukraine-Konflikt. Ja, dazu erstmal eure Meinung gefragt. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, wenn Steffen Baumgart zu diesem Thema Bezug nimmt. Er wurde natürlich auch proaktiv auf der Pressekonferenz zum Thema befragt. Aber er nimmt natürlich auch immer sehr gerne Stellung zu den unterschiedlichsten Themen. Und ich glaube, da gibt es immer zwei Lager. Die einen, die sagen richtig gut, dass er überall auch mal Stellung bezieht. Und die anderen sagen, ja, er soll sich lieber auf die sportlichen Belange des 1. FC Köln konzentrieren und sich aus den anderen politischen Dingen heraushalten. Also gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, ansonsten sind natürlich all unsere Gedanken bei den Angehörigen der jetzt schon toten Menschen in der Ukraine, aber natürlich auch bei den Angehörigen der Soldaten von beiden Lagern. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlimme Zeit, die da gerade im Osten Europas aufbraust. Und ja, wir hoffen, dass das Ganze wirklich noch glimpflich ausgehen wird. Und ja, schreibt gerne mal eure Meinung zur Aussage von Steffen Baumgart auch inhaltlich in die Kommentare. Und ansonsten werde ich das Ganze hier nochmal abspielen und sage schon mal bis zur nächsten Folge. Und ciao. Jetzt muss man natürlich immer vorsichtig sein, wie man was bewertet, weil es gibt ja die Sichtweise, die uns ja jeden Tag gezeigt wird. Und es gibt vielleicht auch eine andere Sichtweise. Ich hoffe, dass wir in diesem Konflikt klar bleiben und alles hinterfragen, nicht nur die eine Seite hinterfragen. Das ist erstmal wichtig. Und für mich ist das auch ein Versagen der Weltpolitik und der gesamten Weltpolitik. Und ich glaube, das zeigt es. Und das Schlimme an einem Krieg, und das ist ja immer wieder, wenn man vor einem Beginn so einer Situation steht, kommt ja immer wieder dasselbe. Und am Ende verlieren die Kleinen und die Großen diskutieren. Und das ist das große Problem, glaube ich, was wir immer wieder haben. Ich hoffe, dass dieser Konflikt relativ schnell beigelegt wird und klar beigelegt wird und dass alle auch ihren Beitrag dazu leisten. Das ist, glaube ich, den Wunsch, den wir alle haben. Weil am Ende geht es immer um die Zivilbevölkerung. Es geht immer um den kleinen Menschen. Andere Menschen spielen Macht, spielen sich auf, machen Situationen nicht besser. Und davon rede ich von allen Seiten, nicht nur von der einen Seite. Und dann kommen leider Sachen raus, wo der Kleine immer der Leidtragende ist. Und das ist leider in jedem Konflikt auf dieser Welt. Und das ist leider in jedem Konflikt auf dieser Welt.